Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und schau mal Kata, wir machen heute was wirklich richtig doll lustiges. Unsere Aufgabe ist es, richtig, richtig doll viele Diamanten zu finden. Das wird sehr nice, aber jeden Block, den wir abbauen, der spawnt einfach nur ein richtig doll böser Gegner. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel das Gras abbaue... Kata, bist du bereit? Nein! Oh, ein Zombies gespawnt! Das bedeutet, jeden einzelnen Block, den wir abbauen, da kommt einfach ein Gegner raus. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir brauchen so gute Rüstung. Da wurde schon wieder was abgebaut. Was ist denn hier los? Oh Mann, okay, warte mal Kata. Wir brauchen als allererstes ein bisschen Holz und wenn wir das Holz abbauen, spawren da einfach Gegner raus. Stimmt, Epic, Epic, Epic. Wir müssen auf jeden Fall richtig klug handeln, weil wenn wir zu viel abbauen, dann wird es so viel. Wir sollten erstmal gucken immer, dass wir da ja alles wegschnetzeln, weißt du? Oh ja und... Warte mal! Oh nein! Was ist denn hier los? Was ist das ganze Gras hier? Ich helfe dir, ich helfe dir. Er wird weggeschnetzelt. Was ist denn hier los? Au, ich habe voll wenig Leben. Oh oh, Kata, nein. Ich habe eine Halbherz. Renn, Kata, nein. Ich beschütze dich, ich beschütze dich. Nein, ich habe eine Blume abgebaut. Jetzt ist hier ein Skelett auch noch. Nein, nein, die wollen mich wegschnetzeln. Ich bin weg. Tschüss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, schnell ins Häuschen, schnell ins Häuschen, schnell ins Häuschen. Oh, ich bin hier sicher. Kata, wo bist du denn? Boah, was zu essen. Vielleicht gibt es hier irgendwas in der Natur oder so. Oh ja, schnell. Oh nein, Skelett, das sind in mir, Skelett, das sind in mir. Wenn ich hier zum Beispiel ein Feld ernten will, spawnen ja auch Gegner. Oh nein. Okay, warte mal, Kata, ein Holz hast du schon. Wir bauen auf jeden Fall schnellstmöglich ein paar Schwerter und eine richtig doll gute Rüstung. Ich habe Lederschuhe bekommen. Oh, das ist sehr gut. Okay, warte mal, ist hier irgendwo was zu essen in der Kiste drin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, hier ist eine kleine Katze. Oh, wie süß. Okay, warte mal, Kata, dann würde ich sagen, ich baue auch mal ein bisschen Holz ab. So, das Holz wird abgebaut und ich habe eine Idee. Ich renne ganz schnell. Oh, rennen. Warte mal, Kata, pass auf, das ist ein Zombie, das ist ein Zombie. Ich habe ein Crafting Table, ja. Oh, das ist sehr gut. Oh, da ist ein Zombie. Nein, 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 schnell hier raus, schnell hier raus. Also, tschüss, Zombie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe eineinhalb Leben. Essen. Ich brauche richtig viel zum Essen. Hast du Essen gefunden? Ja, aber wir sollten Kartoffeln braten. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Okay, und hopps, da geht es hier nach unten. Danke für die Äpfelchen. Okay, ich habe jetzt auch ein Holz und du hast ein Crafting Table. Wir könnten uns auf jeden Fall schon mal eine Steinspitzhacke machen. Und dann könnten wir uns auch ein Schwert machen. Das ist sehr nett. Wir müssen wirklich so doll gut überlegen, in welchen Block wir abbauen und welchen nicht. Oh, hier haben wir noch ein bisschen, naja, was zu essen drin gehabt. Oh, sehr gut, Katja, ein paar Saplings haben wir auch und Smaragda haben wir auch. Moment mal, das ist ein Zombie. Okay, okay, Katja, willst du den Crafting Table mal hin platzieren? Da mal, bitteschön. Danke dir. Oh, der Zombie ist immer noch hinter mir. Moment mal, ich muss den wegschätzeln. So, der Zombie, du wirst weggeschätzelt. Ach, Mann, aber das ist ja wirklich richtig doll lustig, dass aus jedem Block, den wir abbauen, einfach ein zufälliger Gegner. Ja, Spawn, oh, oh, okay. Dann würde ich sagen, als erstes mache ich mir eine Spitzhacke. Und, oh, mir fehlt noch ein bisschen Holz dafür. Ich habe leider auch kein Holz mehr. Oh, oh, okay, dann habe ich mir jetzt auf jeden Fall ein Holzschwert gemacht, dann hole ich mir hinten auch noch ein bisschen Holz. Und warte mal, Katja, ich habe jetzt acht Holz, dann muss ich wieder zurück zum Crafting Table und dann kann ich mir eine Spitzhacke machen und dann kann ich Steine abbauen. Oh, das stimmt, aber ich suche hier die ganze Zeit einen Ofen, aber es gibt keinen. Oh nein, das ist ganz so gar nicht gut. Okay, warte mal, wenn ich Steine abbaue, spawnen so doll viele Gegner, das wird ganz so gar nicht gut. Oh ja. Okay, warte mal, dann mache ich mir hier auf jeden Fall eine Spitzhacke. So, jetzt habe ich ein Schwertchen und eine Spitzhacke. Dann würde ich sagen, ich baue hier auf jeden Fall die Steine ab. Oh, erst ein Stein und, oh nein, ein Zombie ist gespawnt. Das ist ganz so gar nicht gut. Oh, oh, so und so und so, der Zombie wird weggefressen. Blaze, 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 Blaze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Blaze ist gespawnt? Oh Gott, ich bin gerade auch. Oh nein. Moment mal, das ist ja ganz so gar nicht gut. Es ist einfach ein Blaze gespawnt. Hier sind so viele Zombies und so viele Zombies. Okay, dann baue ich hier auf jeden Fall noch einen Block ab. Noch ein Zombie ist gespawnt. Nein, die Quatschmacher. Oh, oh, und zack. Oh, ein Skelettpferd ist auch gespawnt. Das ist auch ganz so gar nicht gut. Ihr werdet alle weggeschnetzelt. So und so. Dann habe ich jetzt schon, ja, drei Steine. Nein, 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 nein. Katja, du helfst. Moment mal. Oh, ich habe ihn weggeschnetzelt. Da vorne ist noch ein Slime. Oh nein, okay. Dann baue ich hier noch den Block ab. Moment mal, jetzt habe ich schon fünf Steinis. Dann mache ich mir erst mal ein Steinschwert. Moment mal, so und so. Und eine Steinspitzhacke. Sehr nice. Hast du noch ein bisschen Stein für mich? Nein, Leute, nicht. Aber warte mal, ich hole noch drei Steine, damit du auch eine Steinspitzhacke bekommst. Oh, oh. Oh, nein. Ein Wither. Oh, nein. Was ist denn hier los? Ich mache ein Abkommen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Es ist einfach ein Wither gespawnt. Okay, ich habe drei Steine und der Wither macht hier einfach alles kaputt. Warte, du kannst es nicht geben. Ich habe ganz viel Holz noch. Guck mal, bitte schön, bitte schön, bitte schön. Ähm, Apple. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Moment mal, wo ist der Wither denn jetzt hier abgeblieben? Der ist da hinten. Der zerstört ja einfach alles. Was ist denn hier los? Spinsing gespawnt, Spinsing gespawnt. Wither? Ja, ja, jetzt sind ganz viele Spins. Oh, Apple, wir sollten einfach eine Höhle finden. Lass uns neue weitergehen. Oh, ja, das kannst du gar nicht gut. Okay, warte mal, Kante. Ab in eine Höhle, ab in eine Höhle. Der Wither ist auch wirklich so dummisch und fies, aber das ist so lustig. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine richtig doll gute Höhle, damit wir ein bisschen Eisen abbauen können. Und dann können wir aus dem Eisen eine Eisenspitzhacke machen. Und dann können wir ja Diamanten abbauen. Das wäre so cool. Okay, bitte eine kleine Höhle hier insgesamt. Und schau mal, Kante, hier ist eine Höhle. Und zack, hier ist Eisen. Oh, warte mal, wir werden das Eisen abbauen. Oh, eine Spinne. Oh, nur eine Spinne, nur eine Spinne, das ist ja mal gut. Oh, das stimmt, das stimmt. Oh, Entschuldigung, okay. Alles gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein Eisen. Wir brauchen auf jeden Fall, oh, Hilfe, ein Fischknie. Nein. Wir brauchen drei Eisen für eine Spitzhacke. Die mag ich gar nicht. Oh nein. Aber wir brauchen auch noch richtig doll viel Stein für den Ofen, damit wir das Eisen braten können. Katja, ich habe ein Herz, Entschuldigung, ich habe ein Herz. Oh, alles gut, alles gut. Ich habe zwei Halbherzen. Oh, oh, okay, warte mal. Dann brauche ich das hier noch ab. Katja, Moment mal, ich stetzle den weg. Oh, und zack, der wurde auch weggestetzelt. Das noch richtig doll mieser fieser Gegner. Oh, oh, er wird weggestetzelt. Oh, und zack, und zack. Das ist ja wirklich so doll schwierig insgesamt. Oh, und zack. Okay, warte mal, dann haben wir hier noch Eisen. Eine Höhlen spinne, eine Höhlen spinne. Okay, die wird auch weggestetzelt. Oh, warte, Katja. In Wither, was ist denn hier los? Oh, 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 Hilfe. Ich habe ein halbes Herz, ich habe ein halbes Herz. Oh, Gott. Renn, Katja, rennen. Ein Wither ist einfach gespawnt. Der macht hier alles kaputt. Schau dir das mal an. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich mache ihm ein bisschen Damage. Aber der Wither ist viel zu stark. Okay, warte mal. Vielleicht kann ich hier den Blaze noch ein bisschen weggestetzeln. Oh, oh, was ist denn hier los insgesamt? Oh, ja, ich habe den Blaze hier weggestetzelt. Okay, warte mal, Katja. Hier helfe ich dir. Und ich glaube, der Wither macht hier oben einfach alles kaputt. Oh, nein. Okay, okay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Da brauche ich das Eisen hier ab. Eine Spinne ist gespawnt. Das ist gar kein Problem. Die Spinne wird weggestetzelt. Oh, oh, ich glaube, ein Creeper ist auch gespawnt. Oh, oh, Moment mal. Du wirst auch weggestetzelt hier, bitte schön. So und so und so. Guck mal, Katja, ich gebe dir auch das ganze Eisen. Guck mal, bitte schön, liegt hinter dir. Ja. Oh, sehr gut. Moment mal, das Eisen bratet hier. Okay, dann würde ich sagen, als allererstes machen wir uns eine Eisenspitzhacke und dann Eisenschwertchen. Und warte mal, Katja, du kannst hier auch näher Steinspitzhacken und Schwerter machen. Viele Diamanten finden, das wird so cool. Oh, und schau mal, Katja, wir haben hier wirklich eine richtig so große Hülle gefunden. Hier ist auch richtig doll viel Eisen. Das können wir auch noch mit dem... Ein Fischli. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht der Fischli. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So und so und so, der wird weggestetzelt. Und warte mal, hast du auch ein Eisenschwert? Nee, habe ich leider noch nicht. Oh nein, wo geht denn der Fischli hinspringen? So und so und so. Oh, der plumpst da runter. Tschüss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bye. Okay, warte mal, da baue ich hier noch ein bisschen mehr Eisen ab. Oh, ein Zombie. Oh, Alter, was ist das auf? Oh nein, da ist auch noch ein bisschen was. Oh, ja, ja, sehr gut. Okay, dann baue ich hier das Eis noch ab. Nein, ein Pillager. Was ist denn hier los insgesamt? Das ist ja wirklich so lustig. Und zack, der wurde auch weggestetzelt. Und Moment mal, dann sammle ich hier oben noch ein bisschen mehr Eisen auf. Na, schon wieder ein Fischli. Was ist denn hier los? Die sind ja wirklich richtig doll ein bisschen füß. Und so und so und so, der Fischli wird hier weggestetzelt. Sehr nice. Und warte mal, ich habe ein Herz gerade. Wither! Ein Wither ist gespawnd. Alter, pass bloß auf. Oh, oh, okay, da hole ich hier noch das letzte Eisen. Oh, und schau mal, Kater, hier ist noch mehr Eisen. Und da hinten ist noch mehr Eisen. Da ist auch wieder ein Fischli. Oh, 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 ich renne einfach. Tschüss, Fischli. Oh, oh, da baue ich hier das Eisen noch ab. So und so. Sehr nice. Oh, nein, 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 nein. Schnell nach oben, schnell nach oben. Da löst, da sind Diamanten. Ich habe Diamanten gefunden, Kater. Oh, wie nice ist das denn? Okay, warte mal, das Wasser mache ich aus insgesamt. Da baue ich hier noch ganz kurz das Eisen ab. Oh, hier ist einfach ein Zombie. Oh, oh, der wird weggestetzelt. Kater, pass bloß auf. Und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Diamanten sehe ich hier. Oh, komm zu mir, Kater, komm zu mir. Komm mal zu dir. Hallo da unten. Hallöchen. Oh, sehr nice. Und hinter dir ist ein Skelett. Oh, pass auf. Aua, ich habe 200 Pärz. Oh, und hier ist ein Fischlein. Komm, schnell hoch, komm, schnell hoch. Halbes Herz, halbes Herz ist ein Fisch. Renn. Au. Und warte mal. Oh, das Skelett ist hinter dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe Angst. Pass bloß auf. Und hier sind die ganzen Diamanten. Warte mal. Autschi. Ich mache hier auf jeden Fall die Lava zu. Das Skelett müssen wir wegschnetzen. Das ist ja richtig doll wie so ein Fies. Und zack, du wirst weggeschnetzen, du Skelett. Sehr gut, Kater. Hier ist noch ein Zombie. Und warte mal, wir müssen so doll gut aufpassen. Ne, wenn wir hier die Diamanten abbauen, was hier ist spawnt. Oh, und bitte abbauen und ein Schwindes gespawnt. Okay, okay, das ist schon mal gut. Immer schön alles erstmal wegschnetzen. Oh ja, okay, dann noch den nächsten Diamanten. Ein Zombie ist gespawnt. Oh, das ist alles easy. Oh ja, der Zombie können wir wegschnetzen. Oh, ich habe zwei Herzen, Kater. Das ist ganz so gar nicht gut. Oh, ess was. Warte, hier ist eine Kartoffel. Oh, danke schön. Einen kleinen Fischli habe ich auch. Und die Kartoffel kann ich auch essen. So, und so, und so. Okay, nächster Diamant. Bist du bereit? Äh, ja, warte, warte, warte. Ich mache mir auch ein Schwertchen. Oh, ein Zombie, ein Zombie, ein Zombie. Oh, oh, so, und so, und so. Der wurde auch weggeschnetzelt. Nice, jetzt hast du auch ein Eisenschwert. Okay, dann wird der nächste Diamant abgebaut. Oh, ein Skelettfertchen. Okay, das ist lieb. Dann können wir noch einen abbauen. Nein. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die werden weggeschnetzelt, die werden weggeschnetzelt. Katja, pass mal auf, pass mal auf. Und zack. Sehr gut. Wir haben fünf Diamanten und ich glaube, du hast auch noch einen Diamant. Das heißt, wir haben insgesamt sechs Diamanten. Oh, das ist sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ich mache erstmal einen Diamant-Spitzhacke und ein Schwertchen. Und warte mal, Katja, willst du das Schwertchen oder die Spitzhacke haben? Ähm, ich möchte gerne, hm, das Schwertchen haben. Und? Oh, wo bist du? Ah, da hinten. Katja, da ist Schwertchen. Hallo, bitteschön. Dankeschön. Sehr nice, wir sind so gut ausgerüstet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie cool ist das denn? Das macht aber wirklich richtig doll viel Spaß. Oh, sehr nice, Katja. Wir sind aus der Höhle draußen und wir sind tiptop ausgerüstet. Und schau mal, Epic, ihr kommt ganz viel. Katja, nicht mal wieder ein Wither. Was ist denn hier los? Du baust einfach das ganze Gras ab und gespawn einfach so viele Gegner. Was ist denn hier los? Wir haben zwei Wither sogar. Katja. Was ist denn? Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viele Gegner sind hier gespawn. Das ist ja wirklich so lustig. Wir haben drei Wither. Auf einmal. Katja, und hier wird einfach alles weggeschnetzelt. Der Slime kommt zu mir. Der Slime kommt zu mir. Wir haben sogar Silberfischli's die hier spawnen. Oh, Katja. Oh nein. Und Moment mal. Die Wither schnetzeln hier die ganzen Gegner weg. Was ist denn hier los? Bitteschön. Katja, du Quatschmacher. Ach Mann. Wir müssen jetzt hier die ganzen Gegner wegschnetzeln. Oh, sehr nice. Moment mal, Katja. Das hat hier wirklich richtig doll viel Spaß gemacht. Jeden Block, den wir abgebaut haben. Naja, da ist einfach ein zufälliger Gegner gespawnt. Das war wirklich so cool. Und wir haben sogar ein paar Diamanten gefunden. Oh, stimmt. So cool. So Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.